So, jetzt machen wir den letzten Rundblick. Jetzt sind wir auf der Höhe von Teufelsteig. Schauen wir mal runter. Skigebiet Brunalm mit dem Deich für die Beschneiungsanlage. Jetzt sehen wir die Schalerie runter. Den normalen Aufstiegsweg Richtung Meranhaus. Da sind wir runtergekommen. Dahinter liegt der Gipfel, jetzt nicht sichtbar. Und genau vor diesem Felsen von uns geht es links runter den sogenannten Teufelsteig. Ziemlich steil, aber schön zum Gehen. Hochschwapp, Wald mit Raureif, wo noch immer daneben was steht. Und das wars, jetzt gehts bergab und ab nach Hause. Heute fahren wir noch nach Wien. Ende.